31.01.2019. 8.07 Uhr. Da kommt die Sonne. Das ist doch was. Aber viel geiler ist das hier. Wie jeden Tag. Könnt ihr das sehen? Das ist doch geil. Das ist der Hit. Tja. Unser blauer Wasserdampf. Gestern waren die Servicetechniker da. Das geht Ihnen heute Morgen schon die ganze Zeit so. Aber vielleicht möchtet ihr da gucken. Das ist auch interessant oder interessanter. Ja. Ich zeige euch gleich nochmal den Schornstein. Ich gehe mal ein bisschen weg. Damit die Sonne da auch richtig an den Rauch kommt, den wir jetzt da sehen können. Tja. Ist das nicht geil? Und da machen die Jungs Urlaub. Da sind die Balkone. Ganz schön dicht dran. Findet ihr nicht? Ich hier. Ist das nicht geil? Das ist sowas. Oder?